Leute, heute spielen Ben und ich. Die längste Antwort gewinnt aber in der Brücken-Challenge. Nenne eine Keksart Schokoladen-Cookie. Ich schreibe mal einen Schokolade. Was? Du machst das auf Deutsch? Da kam nur normaler Cookie. Nenne einen Schneesport. Ich mach das auf Englisch. Sicher, sicher. Snowboarding. Yes, 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 yes. Zweite bin ich hier gerade. Was ist ein Eiscreme-Topping? Whipped-Cream. Hey, als ob du das weißt. Let's go. Oh, Sahne ist das. Was gehört in ein Sandwich? Boah, überspringen, ich hab gar keine Ahnung. Salat. Was gehört in ein Sandwich? Cheese. Käse. Oh, Käse ist lang. Nenne ein astrologisches Zeichen. Steer. Fische. Oh ja, Fisch. Fisch ist gut. Falsch. Ach, Fisches. Nenne ein sich langsam bewegendes Tier. Dann nehmen wir die Schildkröte. Ja, nehme ich auch. Dann, was ist eine Art von Milch? Boah, äh, äh. Butter. Milch. Yes, hat geklappt, okay. Kopf an Kopf rennen hier. Nenne etwas, was du auf einem Spielplatz findest. Eine Whippe. Eine Wipe. Eine Whip. Versuch schaukeln. Kannst du das auf Deutsch aufschreiben? Nee, verdammt, das ist falsch. Nein, das ist falsch. Videospiel-Genre. Ähm. Rollenspiel. Roleplay. Jump and Run. Falsch. Was würdest du in einem Krankenhaus finden? Was würdest du in einem Krankenhaus finden? Äh, kranke Menschen. Äh, ein Bett. Ist zwar ein schlechtes Wort, aber besser als nichts. Ja, zack. Griechischen Gott. Wie ist es auch genommen. Zeus, aber es gibt echt bessere Namen. Äh. Oh Gott. Ich nehme auch Zeus, weiß ich nicht. Scheiße, der gewinnt das hier. Nenne einen Charakter aus der Schwammkopf-Viereckhose. Oh nein, der hat gleich gewonnen, Edina. Er hat gleich gewonnen. Nenne einen der sieben Zwerge. Bam, Sposch auf Schwammkopf. Oder will ich jetzt hier durchziehen? Nenne eine Richtung. Nenne eine Spielkonsole. Oh, der wartet. Mann. Oh, es war nicht weit, es war nicht weit, Edina. Wir hätten es fast geschafft. Mann, das ist doch weiter als Englisches. Auf Deutsch würden wir den komplett wegrasieren. Neue Runde. Ich mache einen Spätstart. Okay, was kommt paarweise? Slippers. Let's go. Die Slippers, die gehen einfach immer. Nenne eine mythische Kreatur. Medusa. Medusa. Ich habe es falsch verschrieben. Yes. Okay. Eiscreme-Topping. Was hattest du da? Nenne etwas, auf was du sitzen kannst. Eine Couch. Eiscreme? Da hat sich Whipped-Cream. Sahne. Nenne eine Supermacht. Wie schreibt man das? Nenne eine Supermacht. Fliegen? Falsch. Perfekt. Oh, ich habe es wirklich richtig geschrieben. Er hat nur Cream draus gemacht. Perfekt. Was ist ein Job in der Schule? Lehrer. Falsch. Okay, alles klar. In der Schule arbeiten keine Lehrer. Nenne eine Aktivität, für die du Handschuhe brauchst. Cleaning, Elina. Cleaning. Nenne einen Jungname mit D. Snowboarding. Snowboarding geht auch. Das ist viel länger als Cleaning, Alter. Nenne einen Jungname, der mit D beginnt. Daniel. Grüße an alle. Daniel, es geht raus. Wahrscheinlich ist Pringles falsch, oder? Nenne einen bekannten US-Lebensmittelladen. Lebensmittelladen? Ach, Laden. Ich habe Marke gedacht. Äh, Costco? Yes, war richtig. Yes. Was ist ein Hairstyling-Item? Hairspray. Hairspray. Bam. Haps, haaps, haaps, haaps. Aus dem Schall-Franchise, was du in einem Badezimmer finden würdest. Toilet. Bam. Okay, jetzt brauche ich ein richtig langes Wort. Nenne eine Serialien-Marke. Nenne eine Serialien-Marke. Farbe des Regenbos. Den müssen wir jetzt zusammen fertig machen. Violett. Nee, macht doch nicht so Experimente. Ein Scooby-Doo-Charakter. Wilma. War mir die Nase auch ganz schnell. Ach, Scooby-Doo, Herr Kiel, war natürlich klug. Bam. Habe ich ihn ausgetrickst? Der Charakter, Darth Vader. Warm, okay, wir kriegen den. Was ist eine Neon-Farbe? Keine Ahnung, Yellow. Ah, perfekt, Gelb. Gelb, okay, habe ich jetzt aufgenommen. Charakter von Phineas und Firmen. Mach einfach Phineas, das ist ja komplett dumm, ne? Phineas. Aber Dr. Doofenschmutz wäre viel länger gewesen. In einem Zustand der Materie. Flüssig. Fluid? Nee, ist falsch, ist falsch, ist falsch. Ähm, ähm, Metal. Falsch. Kennt ein Gemüse, Tomato. Aubergine. 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 Okay. Name an Artikel of Kleidungsstück, würde ich mal vermuten. Pullover. Falsch. Nein, nein. Oh, warte. SpongeBob Square Pants. Boom, Alter, ich mache den fertig. Ich arbeite hier mit Druck, Alter. Nenne einen Reistyp. Basmati Reis. Bitte. Ja, es gibt es, es gibt es. Boah, es ist Kopf-an-Kopf-Rennen, es ist so überkupfernd. Nenne einen, ich liebe es mit Pizza Hut. Domino's. Bam, 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 bam. Wir schaffen das, Ben. Ein A-Name mit, ähm, Frauenname mit A. Alina. Anna. Anna. Anna Bell wäre viel besser gewesen. Was ist ein Wundersuperheld? Superman, keine Ahnung. Nee, Superman ist falsch. Falsch, schade. Ein D, eine Frauenname mit D. Diana. Nein, Doreen, wahrscheinlich Doreen. Falsch, oder? Dorothee. Nenne etwas, was du in einem Schlafzimmer findest. Es ist auch knapp. Natürliche Haarfarbe. Witzig, mir fällt nichts ein. Du, du, du. Blond. Ich hab's, Ben, ich hab's. Geh mal hin. Boah, ich war aber auch im Ziel. Ich hab's gewonnen. Da hast du das gesehen. Hast du das gesehen? Das war überknapp. Ich war auch im Ziel. Oh mein Gott. Das war insane, Alter. Was hat, was war deine letzte Frage? Haarfarbe. Ah, ich hab einfach eine Frage mehr. Du hast es mich schon gespoilert. Ja, ich hab eine Frage mehr. Nächste Runde, in drei, zwei, drei. Oh, das kenn ich nicht auf Englisch. Glumanda, ähm, ich geb das einfach ein. Glumanda auf Deutsch. Schade, Pikachu. Pikachu ist doch ein Startup. Oh mein Gott. Was ist ein Element aus dem Perioden? Ich weiß nicht, ich hab'n Namen. Helium, Helium. Hab ich einfach geklaut. Boom, okay. Wir schaffen das. Kenne eine Art Dominos. Ja, boah. Was? Überspringen. Das ist, äh... Ich hab drei übersprungen. Rainbow, Rainbow. Verdammt, hätte sein. Harry Potter, Charakter aus der Harry Potter Serie. Was tust du in deinem Salat, Tomato? Voldemort. Mach doch einfach Harry Potter, das ist auch was. Nee, Lord Voldemort. Ne, Nina, ich hab gleich gewonnen. Guck, 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 guck. Ich seh's, ich seh's. Äh, Costco. Ne, Walmart. Ich brauch noch einen Buchstaben, einen Buchstaben noch. Was ist die Frage? In eine Richtung, Norden. Gewonnen! Boah, Benson hat gewonnen. Boah, 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 boah. Nice. Alter, da ist Waffle instant gequittet, Alter. Der wird rasiert, der Versager. Der ist geragequittet, weil wir so viel gewonnen haben. Er hat keine Chance mehr. Nice, nice, nice. Okay, Ben, die Runde, die werde ich gewinnen. Die Runde, die werde ich gewinnen. Du wirst gewinnen. Was eine Social Media... Okay, ich werde nichts sagen, was ich schreibe. Gar nichts. Okay, äh, ich schon. Nenne etwas, was ein Astronaut sieht in Space. Geil, das ist... Ich hab mich verschrieben. Nee, 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 nee. Oh mein Gott. Bam. Das wahrscheinlich ist das falsch, oder? Nee, 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 nee. Nenne ein beliebtes Hobby. Ich hab Climbing geschrieben, war falsch. Bam. Ich hab Football geschrieben, ganz easy. Nenne eins. Was ist ein Tier in Minecraft? Was kann recycelt werden? Wir nennen ein fliegendes Fahrzeug. Was ist ein Tier in Minecraft? Ein Schaf. Oh Gott, wir sind so richtig. Kopf hat und Kopf ist genau gleich. Wir sind lieber Koffer. Wir nennen ein fliegendes Fahrzeug. Boah. Ich hab keine Ahnung, was bin ich. Oh, ich bin ein vor. Nenne ein beliebtes Musikstreaming-Dienst. Spotify. Bam. Nenne eine Disney-Prinzessin. Rapunzel. Nein, Ben ist vor mir. Nenne ein Gemüse. Nein, die skippt ein viel besseres Wort, dich Idiot. Bam, okay, ich bin jetzt ein bisschen vorne. Nein, nein, Supermacht. Supermacht? Was ist eine Supermacht? Ja, Superkraft meine ich damit. Nein, nein, Gewürz. Pryka? Pryka. Okay, scheiße. Nein, nein, ein Familienmitglied. Nein, 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 nein Gewonnen Das Ding ist so, bald die Frage gekommen Wer ist dein Feind in Minecraft, hättest du gewonnen Weil du warst eigentlich besser als ich, aber ich war schneller Dann hättest du nämlich Ender Dragon geschrieben Oh Mann, ey, ja Ich hab das bei dir rechts gesehen, aber bei mir kam irgendwie So ein Jungsname Der zweite Platz Ben, die 1, ich die 2 Nenne eine 2 von 1 bis 10 3 Nenne eine Amphibie Äh, äh, Turtles Krokodil, viel schlauer Nein, das war nicht genau Oh, da hab ich ein Über-OP-Land Nein, oh, es hat zum Glück gezählt Ich hab mich verschrieben eigentlich Nicht gucken, Elina Du hast gekocht, Schweiz, Switzerland Nenne eine Art Schuhe, da kommen natürlich die Slippers Was ist ein Feind in Minecraft Ender Dragon Kopf an Kopf, ey, genau gleich Was ist ein Teil eines Bettes Das Kissen Was Blaubeere Oh, da kenn ich mich nicht aus Was Nenne ein Make-Up Was hat man das so Oh, verdammt Babb, die Foundation, Alter Oh Nenne eine Schwertart Hab ich, hab ich, hab ich Nicht abgucken, Elina Äh Ist das so Excalibur Zählt das? Oh mein Gott, das zählt Oh mein Gott, das zählt Nenne eine Schuhe Äh, Guess Oh, ich hab ein Über-Wort Nein March Simpson Oh, es ist über-knapp, es ist über-knapp Oh, nein Gewonnen Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bam Aber ich habe einen Vorteil, weil ich auch schneller schreibe einfach. Oh Gott. Das ist so spannend hier. Alter Schwede. Du hast auch ein bisschen abgeguckt. Neue Runde, neues Glück. Was ist mit Halloween verbunden? Geister. Ja, nehme ich auch. Was ist ein Land in Asien? Thailand. Ja, Thailand. Let's go. Ich habe ein Überwort jetzt. Man würde denken, Spotify. Aber ich mache Apple Music. Ha, viel länger. Oh, ich mache Amazon Music. Ah, let's go. Nenne eine Währung. Ähm, glaube ich dir? Let's go. Nenne einen Tanzstil. Ah, ich habe einfach abgegeben, obwohl ich gar nicht wollte. Was ist ein Tanzstil? Hip-Hop, nee. Breakdance? Oh ja, Freestyle, oder? Breakdance, doch mega geil. Nenne einen Charakter aus dem Schall-Franchise. Das kenne ich nicht. Ey, der eine zieht uns gerade übel über den Tisch. Siehst du das? Mario heißt der. Das ist etwas, das die Leute dekorieren. Christmas Tree. Oh, gut. Guter Call. Okay, es kam nur Baum. Perfekt. Ja, ich dekoriere meinen Weihnachtsbaum nicht. Ich habe den einen, Elina. Ich habe den einen. Nein, Mann, ich drücke dauernd aus, weil sie einen Schiffblock. Was ist ein Fight in Minecraft? Ender, Dragon. Oh nein. Nenne ein Stück Rüstung. Chestplate. Ja, gleich gewonnen. Die Sau, ey. Die Sau. Astrologisches Zeichnen, der hilft mir. Weiß ich nicht. Pisces. P-I-S-C-E-S. Oh, war richtig, war richtig, war richtig geil. Danke. Disney-Prinzessin. Rapunzel. Rapunzel. Ah, die Sau, ey. Wer war das? Der Mario. Mario. Der Mario hat uns hier einfach abgezogen. Jetzt werden wir Mario hier besiegen. Ganz easy. Nenne eine Art Schuhe. Flip. Schlibbers. Klops. Nenne einen Ort, an dem du schwimmen kannst. Äh. Wimming Pool. Boah, das hat der wirklich voll genommen, geil. Getränk mit Koffein. Coca-Cola, sag ich mal ganz klassisch, ne? Was ist grün? Ich hab's voll falsch geschrieben, aber es war trotzdem richtig. Bisschen grün und lang. Dem grün ist grün. Ein Crocodile. Crocodile. Yeah, das geht. Nenne etwas, was du in deinem Hotel finden würdest. Das ist ein Buchstaben, erzielt ich. Nenne etwas, was du in deinem Hotel finden würdest. Äh, ein... Bed? Reception. Ja. Ein Fridge. Vater, wahrscheinlich ist Fridge falsch. Nenne eine zweidimensionale Form, die Sphäre. Nein, das ist doch dreidimensional, Elina. Ein Kreis. Oh, der kennt Kreis nicht mehr. Amazon Music. Let's go. Nenne eine Richtung. Norden. Nenne einen Namen, der mit dem Namen E beginnt. Erwin. Emma Rauwe. Emil. Das würdest du auf einer Messe essen. Bratwurst. Kennt er das auf Deutsch? Freisch. Ich bin so gebrochen. Ja. Es geht nur Freis. Verstehe. Etwas, was du im Auto behältst. Äh. Einen Reifen. Äh. Wheels. Ich glaube, das gewinnen wir. Ja, Ben. Nenne eine Spielkonsole. PlayStation. Oh, yeah. Nenne eine Art Nuss. Das sage ich jetzt nicht. Warum not? Ja, ja, ja. Was ist ein Milchprodukt? Käse. Ich habe gewonnen. Ja, hast du gewonnen. Tada. Ich habe das Game gewonnen. Schnellig. Ich habe das Game gewonnen. Es gibt Skins, wenn man es hat. Kann ich mir Skins kaufen? Ja. Oh mein Gott. Ich kann mir richtig viele Skins. Oh, oh. Team Grün. Ich habe mir jetzt ein Team Grün-Skin gekauft, Ben. Kucaracha gleich mal. Die Grün sind aber überteuer, ey. Nenne ein Videogame. Ah. Bam. Oh, gleich lang. Was hast du genommen? Call of Duty. Ah. Nenne ein lebenswichtiges Organ. Die Leber? Grippesymptom. Boosten. Perfekt. Falsch. Ja, ich hatte das Schnupfen. War auch falsch. Kopfschmerzen ist richtig. Aber auf Englisch. Ich habe alle auf Englisch beruhigt. Bam. Nenne ein Staat in den US-Staaten. Das war Kalifornien. Was ist ein DC-Superheld? Ich habe einen North Dakota gehabt. Die Superman. Nein, der zieht uns ab. Der zieht uns ab, Ben. Pass auf, wir müssen uns konzentrieren. Was ist ein Charakter von der Sesamstraße? Elmo. Cookie Monster, oder? Let's go. Oh, okay. Das war richtig lang. Perfekt, Ben. Toy Story. Toy Story. Forky. Lightyear. Digga, Forky, die ihn da komplett verkackt hast. Nenne ein Type of Boat. Beat Boat. Ooh, Boat. Hey, der hat nur Boat genommen. Bei mir auch. Nenne Zitrusfrucht. Äh. Lemon. Ey, ich schreibe mich die ganze Zeit falsch. Ben, du musst es schaffen. Nenne ein. Cheddar, so. Nenne ein Chesspiece, nicht Cheese. Ach, Chess, nein. Kannst du grad nicht schreiben, die Dame. Was heißt das? King, schreib King einfach. King, jawohl. Nenne etwas, was so. Ja, wahrscheinlich macht man Milch nicht im Kühlschrank, oder? Pizza. Nenne einen aktuellen Popstar. Justin Bieber, macht Justin Bieber. Ja, 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 mach ich sowas von. Frühstücksgegenstand. Äh, Brot. Crustor. Oh. Crustor. Hey, bei mir hat der Brot gemacht, richtig. An mir keine Bretter gegeben. Element des Buri-Undes-Stams. Helium. Helium, Sauerstoff. Sauerstoff. Nee, Kuchen. Nee, 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 Kuchen. Cheesecake. Nee, das ist kein Kuchen. Nimm doch trotzdem. Nee, Cheesecake, Cheesecake. Nein, ich hab's auch geschrieben. Ich hab's auch geschrieben. Was für ein bisschen Kilofilz? Ja, Phil, 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 Phil. Hey, ich hab einfach gewonnen. Nein, er hat gewonnen. Hö, ich hab eigentlich gewonnen. Ey, bei mir stand da plus fünf Bretter. Hab keine bekommen. Ohne Witz. Es war ein kompletter Bug bei mir. Ich hab's gesehen. Die waren wirklich keine exploren. B-b-b-b-bredder. B-b-b-b-bredder. Brett vor dem Kopf. B-b-b-bredder. Eigentlich hab ich gewonnen, sag ich wieder. Nenne eine Schuh-Suchmaschine. Eine Schuhmaschine. Äh, Google. postercom. Nee, kennst du auchены. Gib mir einen, bin ich dumm? Ich habe eher wie einen. Playstation. Nenne eine Spielekonsole. Easy. Nenne einen Mädchennamen, der mit C beginnt. Selina ist falsch. Ah ja, den gibt es nicht. Nenne einen Star Wars Charakter. Ich habe mich anders abgesetzt. Manchmal bin ich da nicht drin, das ist so illegal. Nenne einen Mädchennamen mit A. Nenne eine Zahl. Seven. Seven in the Wild. Das heißt, wenn ich zum einen Trash bin. Wahrscheinlich falsch, oder? Trash can. Falsch. Nenne einen Baumart, habe ich. Mangrove. Nenne eine mythische Kreatur. Medusa. Wo ich ... Warum war das so kurz? Nenne einen Charakter aus Harry Potter. Voldemort. Oh, nein, nein. Überwort, Überwort, Überwort. Nenne etwas, was du auf dem ... Sleeping Bag. Gewonnen. Ich hatte wirklich diese Überkombo. Ich hatte Darth Vader into Aubergine into ... Ich hatte so krank lange Wörter. Dreigenlange Wörter. G zu dem G. Leute, das war es mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lass unbedingt einen Daumen und ein Abo da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und haut rein. Tschüssi. 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 Tschüssi.